Hallo und herzlich willkommen zurück bei ClashBand. Ich bin Manu, das ist Little Lightmares. Ja, mir ist bei meiner letzten Folge etwas aufgefallen. Ich habe ein bisschen zu spät das erste DLC gespielt. Dadurch habe ich Aufnahmen mit dem zweiten DLC gemacht und wollte das Ganze jetzt quasi einmal kompletieren, indem man wirklich nur die Tiefen spielt. Wir gehen dann hier in der Kapitelauswahl. Einmal kurz gucken. Das ist mir nämlich erst viel später aufgefallen. Hier ist die Tiefen und da wäre der Unterschlupf. Ist jetzt nicht so großartig schlimm. Spielen wir einfach nochmal von vorne. So, was erwartet uns jetzt hier? Ich habe total vergessen, was wir überhaupt gemacht haben. Das ist schon mega lange her. Na, na, nein. Nicht runterziehen, nicht. Achso. Alles klar. Das war nur ein böser Traum. Wach auf, wach auf. Oh, das ist doch der Bereich. Ja, das ist immer noch der Bereich, wo wir mal durchgelaufen sind. Wo diese schlafenden kleinen Zwerge... Was sind das eigentlich? Einfach nur kleine Menschen? Oh. Das hört sich nicht gut an. Unter dem Bett verstecken. Wir gehen mal gucken. Okay. Low. 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 Du schaffst das eh nicht. Oh, er hat ihn. Er hat ihn. Daraus macht er jetzt ein Würstchen oder so. Da. Alles klar. Hier rein. Hier war, glaube ich, auch nichts mehr Besonderes. Oh, außer der blöde Blutegel da unten. Oh, ich hasse die Dinger. Ich weiß nicht, warum, aber ich hasse sie. Oh, da ist was. Alles klar. Low. Bevor dich ein anderer kriegt. Zack, 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 zack. Ich glaube, dieser Sand, der hier liegt, ne? Wenn man ja mit dieser kleinen, menschenähnlichen Figur da rein landet, steinert man ja auch so ein wenig. Ich bleib über hier in der Ecke. Ist gesünder für mich. So, durchlaufen. Ja, hier sind die Türen ja alle abgeschlossen. Ich geh mal so ein Ding mit. Und, was ist es? Ein Auge. Ich erwischt immer das Auge. Unbewusst einfach mal reingegriffen. Oh, hier, da, wo man spielen kann. Finde ich auch ganz komisch, ne? Die halten sich die... Ich verstehe das ganze Konzept dieser Kinder noch nicht. Ist das wirklich nur zum Essen? Von woher kommen sie überhaupt? Das ist so das, was, was ich mir so als Grundfrage sowieso schon die ganze Zeit gestellt habe. Wart auf mich. Ich komme noch mit. Die denkt bestimmt, ich halte sie nur auf. So, mal gucken. Da ist noch eine Flasche. Sie wird hier wahrscheinlich noch nicht allzu weit sein, wenn wir... Achso. Hoch die Tassen. Ich glaube, da ist nichts mehr drin. So. Ein bisschen schneller, wenn es geht. Ja, komm. Nach oben. Darüber. Festhalten. Lauf doch nicht weg. Ich komme doch schon. Ups. Das war zu hoch. Aber er hat jetzt überlebt. Das ist alles, was zählt. Oh, warte. Okay. Ins Loch. Zack. Oh, aus dem Wasser raus. Also, hier können wir wieder... Dann nehmen wir die Kiste mal mit. Immer muss er was mitnehmen. Okay, das Problem, was ich habe, ist... Hier liegt Blut. Da sind Hände. Und da sind Füße. Warum hat sie... Warum hat sie einfach... die Taschenlampe fallen lassen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Oh, lass mich doch einfach in Ruhe. Nein! Oh, Mensch. Warum? Immer der Letzte. Immer so im letzten End kriegen die mich. Die sind doch ganz schön... ...fies drauf. Geschafft. Zack. Zack. Okay. Was war hier? Ah, hier. Oh, schwimmte hier nicht schon was drin? Ich hoffe es nicht. Oh, nee. Hier war es noch nicht. Oh. Das wird ja noch eine Prozedur. Okay. Oh. Ah, hier ist soweit. Nichts gut. Schöne gute Brett hätten wir noch nutzen können. Okay. Wir werden zu sterben. Wir werden zu sterben. Nein. Nicht bekommen. Ah, 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 ah. Wo können wir da jetzt? Ah, her. Hier runter? Oder? Ja. Was anderes geht nicht. Und dabei fast sterben. Mhm. Blutegelattacke. Nein, ich muss nur noch eine Ehrenrunde drehen. Der Dichse. Nein. Hä? Oh, Mann, ey. Ab und zu denke ich, dass mein Controller nicht funktioniert. Immer der Technik die Schuld geben. Nie dem Spieler. Ja, das war mein Controller. Zick. Alter. Könntest du jetzt mir mal einen Gefallen tun? Das Ding da jetzt gegenwerfen? Den ärgert er selber. Dass wir die ganzen Kram hier nochmal neu machen müssen. Aber mir macht es ja Spaß. So ist es ja nicht. Sonst würde ich es nicht machen. Da war nix. Nicht mal vielleicht. Ah. Oh, schnell an der Wand. Ah, ne. Nein. Nein, hier ist nix. Ja, mittlerweile weiß ich auch gar nicht mehr, ob da was war oder was nicht war. Juh. Ach, ne. Der geht nicht, weil... Siehste, alles weiß ich auch nicht. Ah, jetzt ist es an. Okay. Und vorwärts. Ungefähr die Stellung. Geronimo. Wie ich da hinten an diese Flasche rinkomme, ne? Weiß ich immer noch nicht. Dazwischen her komme ich auch nicht. Na denn, na denn, ne? So, raus aus dem ganzen Siff. Sieht gut aus. Ah, ne. Da vorne ist was. Hier. Die Klappe. Oh, ich will da nicht rein. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Warum er jetzt... ausgerechnet noch das Licht eingeschaltet hat, das weiß ich nicht. Hat er vielleicht instinktiv gemacht? Ja, ja. Hau du mal gegen den Koffer. Oh, jetzt habe ich mich verschrauben. Erschrauben. Nicht verschrauben. Nein, oh, das ist so dämlich gelaufen jetzt gerade. Hier. Nimm dat. Moment. Wo ist denn sie gerade? Okay. Ja, genau. Sie schwimmt genau da. Ja, ja. Ne, ist klar. Das hätte hier keine besseren Hobbys. Ja, du lässt doch los. Einmal rum und... Oh, Gott sei Dank. Das funzt. Alles klar. Ähm. Na da. Mach mal. Geh mal, mach mal. Schön. Bleib mal. Oh. Und... Draußen. Alles klar hier. Äh... Perle. Okay. Klack. So. Warte, Moment. Ja, hier ist das lose Brett. Okay. Ist das grausam, ey. War hier was drin? Ne. Das bewegt sich auf jeden Fall nichts. Okay. 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 Er von trockener Wurm. Tö, 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 tö. Trockener Wurm. Null. Kit. Eins. Alles klar. Und zu mit der Tür. Die ist ja eingerastet. Und eins. Und zwei. Und drei. Okay. Das ist gut. Okay. Was ist das? So. Oh ja, nee, nee. Du wärst eigentlich gegrillt, mein Freund. So wie diese Ratte da. Äh, wie war das noch? Nicht in das fette Loch springen. Das kommt nicht ganz so gut. Ich hab dich genau gesehen diesmal. Du brauchst gar nicht denken, dass du dich verstecken kannst. Du bist nämlich im Wasser. Garantiert. Alles klar. Dahin. Ohne, dass du mir jetzt mal auf... Äh! Ah, sie geht mir doch also auf den Keks, wenn ich sie nicht... Aber sie geht jetzt trotzdem zu dem Fisch. Ah, wie cool ist das? Man kann sich ja alles länger abnehmen. Sitzen da zwei? Sitzen da drei? Wie schnell konnte die denn bei mir sein, bitte? Erzähl keinen Scheiß. Na... Alter! Ja! Wirst du dich da wohl nicht... Oh, Jesus, ey. Also... Ja, ja. Ich hab's gemerkt, dass du bei mir warst. Deswegen hab ich ja gewartet. Boah. Boah. Du musst dich auch immer verraten, Alter. Das kann es nicht sein. Auf die Kiste kannst du ruhig hauen. Und... Drauf. Und... Weg. Weg. Das kann nicht. Bist du denn des Wahnsinns? Geh nach oben. Los. Hopp, hopp. Hopp, hopp. So. Mal wieder die Lunte an hier. Und dann müssen wir wirklich... Nicht mal vielleicht. Ja, jetzt werden wir gepackt. Ja, ich konnte nicht mehr springen. Das war irgendwie nicht möglich. Ich hab zwar drauf gedrückt, aber es ging gar nicht. So, hallo zurück. Ähm, ich hatte gleich gerade einen kleinen Absturz bei meinem Rechner. Also, wir wurden gerade gefangen. Äh, der Kontrollpunkt war weiter hinter. Das Ganze wieder von vorne hochgeklettert. Aber diesmal sind wir nicht auf die Brüstung. Sondern sind ganz nach oben. Da ist ein Loch. Und da fallen wir dann quasi hier raus. Es tut mir leid. Ich müsste alles nochmal neu spielen, um das jetzt hinzukriegen. Aber im Endeffekt ist es die selbe Erklärung. Los. Der Kopf hat da weiter in die Mitte. Super. Okay. Kann ich den so... Das habe ich glaube ich noch nie ausprobiert. Werde ich noch nicht. Auf jeden Fall nicht jetzt. Danke für nichts. Dann können wir auch den Koffer hier weiter ran drücken. Und das Ding nehmen. Mensch. Was zitterst denn du so? So. Och, lass doch die... Lass doch die blöde Dose los. Wir wollen doch fertig werden. Oder nicht. Hat auf jeden Fall funktioniert. Steckt das Ding rein. Ach ja. Jetzt muss ich den Koffer definitiv über hier irgendwie in die Mitte packen. Jetzt ist der Koffer nämlich als Übergang. Ein bisschen mittiger. So. So ist gut. Immer so. 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 So noch nicht. So noch nicht. Ziehen. Das wird wieder fein. So. So. okay das ganze ist ja nicht so ein großer aufwand mal gerade zu springen so ist dunkel wo wir eine taschenlampe dann springen wir irgendwann mal rüber und brauche wieder eine okay was jetzt rankommen und zerstöre es und jetzt hangel dich ein wenig und weg und dahin und dahin und hopp und hopp und hopp und hopp das ging ja nicht ein sehr helles licht aber sonst keine hobbys kommt sie jetzt oder kommt sie nicht darauf war ich eigentlich hinaus dass sie kommt hopp 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 so licht brauchen wir ok was ist da drin eine flasche ja die habe ich schon glaube ich bekommen ja da ist nichts mehr drin warte mal warte mal die habe ich noch nicht da ist auch ein korken ich möchte wohl den korken aus der flasche haben ich weiß nicht der kann sogar schweben dann gehen wir mal weiter ich weiß nicht wie ich da rankomme auf hopp und hopp und hopp die top und hopp hopp so wir hier nein Ah, nein. Ja. Ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Wir werden jetzt gefressen. Das war's mit dem ersten DLC von Little Nightmares. Die Tiefen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.